hast du gesagt kolonisteninitiative okay ja bitteschön warte mal du hast jetzt schon kolonialinitiative auswählen können sagen wir mal was geht denn bei euch ab ihr müsst ja so viel gutes zeug finden weil ich habe wo ist denn moment gefunden ja also du hast schon deine zweite politik das ist ja nicht mehr normal die dritte ja genau das ist ja nicht mehr normale also ich habe die politik konzentriert und 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 habe die frühesten sind in zwei runden dann zu einer einheit jesus so wie viele dauert der schmarrn hier drei runden sind überlebt meine erkundungseinheit ist das ist doch schon mal was wo ist denn jetzt ich habe jetzt gerade ein solarkollektor bekommen dieses von sonde die ich erforscht habe aber in der stadt in der stadt müsste denn so eine sonde sein die kannst du da hochschicken und die sorgt dafür dass du mehr energie produzieren kannst okay ich schickst du jetzt hoch müsste ganz links sein und dann willst du kannst du halt eine umgebung bin ich werde den da so machen dass genau eine wüste also dass die stadt in der wüste hier in der mitte ist oder wie genau dann wird mich am besten energie produziert weil irgendwie was mit 20 prozent energie in der der stadt oder so ok ok und denn jetzt muss ich muss nochmal in ja die kunde ich muss kann jetzt irgendwie eine freie ich will ja so habe ich jetzt freie freie forschung irgendwie hatte ich es stört mich dass bei euch so viel action ist und bei mir nichts los ist eine stadt gründen ich habe soldaten das abgebrochen das ist ja furchtbar ich bin habe ich da jetzt noch leben okay genug ich bin jetzt gerade verwirrt wie seid ihr jetzt an siedler gekommen also ich weiß dass mich einbauen kann das dort nur 16 wohl noch bin ich an gar keinen gekommen es dauert noch eine runde bei mir so wohlstand ich bin auf moment mal das ist nicht mehr so wie bei c5 dass ich bin einfach das erste welt und das passt das dritte in der dritten reihe das recht ich bin so gut also ich habe hier unten wieder eine küste entdeckt so wie ist das jetzt eigentlich mit diesem jahrs mal diesen zeugs hier muss man irgendwann vielleicht beseitigen können ja so ich nach unserer hätten also unsere haupt steht also unsere erste stadt ist eine stadt und die anderen beste zu werden ja aus irgendeinem grund steht es so aus als ob sie schon eine stadt wäre das habe ich auch beim ersten versuch probiert zu schauen ob ich irgendwie diesen diesen posten zu einer stadt machen kann aber ich vermute das ist einfach schon eine eventuell ist auch das der grund warum wir die stadt überhaupt erst umbenennen können so endlich habe ich wieder ein christ entscheid ah ja jetzt kapiere ich wie die bonis funktionieren okay tempel der goldenen glocke wo ist hier ein brillanter platz um eine stadt zu setzen die schwebsteine pilze ich hier erst mal repulsor orbital anheit entfernt mir erst mal von betroffenen geländefeldern ausgehend vom zentrum okay verstehe ich habe ökologie ist das mir erst mal entfernen ich habe mir erst mal repulsor den könnte ich bauen immunität bautrupps nehmen keinen schaden durch mir erst mal das ökologie wisst ihr ob man auf mir erst mal eine stadt setzen kann oder in den außenposten ist das gefährlich wieso ich krieg's im quest abgeschlossen was ich habe gefragt ob ihr wisst ob man eine stadt auf mir erst mal gründen kann ach so ja ob es gefährlich ist weiß ich nicht okay mal schauen was haben wir denn jetzt jetzt habe ich hier so eine blöde station ok sieht aus wie ein casino aber mein gott kannst du meinen bauernhof bauen fertiggestellt bald abholzen eine runde noch was hier künstliche intelligenz apropos ihr könnt außerdem auch ein maschinenbau genetik und ökologie dann dadurch wird man auch die affinitäten aus also harmonie ok vorherrschaft und reinheit ist hier wo in diesem forschungs tree künstliche intelligenz ist weil ich gerade was aufgeschaufelt habe und das könnte mir dabei weiterhelfen bei dieser forschung steht hier weiß ich nicht leider nicht künstliche intelligenz wollte ich was das passiert auf einmal habe ich den bautrupp ausgewählt und der ist jetzt natürlich von diesem feld weggegangen typische steuerung weil ich würde auf die station klicken die vorher aber auch in barasi ja leg bullshit die würde immer noch 53 runden dauern bis ich die machen kann aber ich habe schon 122 forschung von der forschung habe ich bereits fertig nicht schlecht an sich ja hast du das auch den sehe ich auf der karte in der nähe deiner hauptstadt ja ja das ist eine station nicht gegründet also die ich gründen konnte da stand mit ja werden sie zwei außen habe ich den genommen okay ist nicht meine stadt aber ist eine station damit da kann ich handeln was haben wir jetzt kulturelle bürde quest entscheidung so eine sprache gehen in sumpfmasse abgestürzt okay es kann keine aktion durchgeführt werden während der außenposten sich zu einer stadt der geld und wann ist das denn die leise hat 1 weiß ich schon mal wo ich hingehe ok ok bei mir wird gerade anerlei gebaut der war cool aus muss ich schon sagen doch so ein fehler im zug nach was soll es geht schon ihr solltet ihre bereitschaft bitte nein keine aliens bitte nicht warum ist er denn ausgerechnet da sitzen jetzt heilen wir euch erstmal durchziehen wir zurück so können wir ja nicht arbeiten ich jetzt angreifen dann verliere ich gleich meinen kolonisten da hätte ich aber gar keine lust drauf schauen was die quest zu sagen da weil ja so ein strahl aus dem irgendwie es kommt aus dem aus dem orbit hier ja von seite hin das so und ich hoffe in der nächsten runde wird denn mal endlich der wald abgeholzt oder ich muss wieder von schauen mir ist schon längst der wald abgeholzt und eine farm gebaut ja ich habe ihn leider wieder weggeschickt kurz weil ich eigentlich mit der außenposten intergieren wollte aber das kann man ja leider nicht was ich nicht verstehe ist meiner kunde hat die quest schon gemacht ich sollte eine expedition machen jetzt muss ich sehr anscheinend noch mal machen auf demselben feld keine ahnung was da wieder los ist aus dem weltraum muss man auch mit mir dann ein erbe der menschheit das gibt's nicht auf das feld wo ich hin will sind jetzt genau vor mir zwei aliens davor standen die so dass ich da locker hingehen konnte ich kann jetzt stehen sie mir einfach im weg Medical Medical Ale Medical E she und Untertitelung des ZDF, 2020